Einen wunderschönen Abend wünscht Globus TV. Nach drei Tagen totale Ruhe. Nach drei Tagen Streik. Globus TV hat gestreikt. Alles wegen den Gesetzen. So, wir stehen hier bei Gussi mit Azubi Achsel aus Hamstorf. Der hat ein Kieseltein in seinem Schuh. Der hat ein Kieseltein in seinem Schuh. Das wird erstmal rausgeholt werden. So, und haben wir heute eine Geschichte zu erzählen? Bestimmt. Wollen wir das Buch holen? Alter, wo ist nur das Buch hin? Da ist das Buch. Alter, und ich glaube, ich habe sogar heute... Alter, das ist so krass. Gibt mir 5. Da fliegt er schon weg. Oder... 1, 8, 7, 2, 7, 8. I have a question. Gib mal das Feuer. Alter, wir sind total... Wir sind total... Weed. Alter... Da wird schon zum Telefon gegriffen. Die Feuerwehr wird gerufen. Alter, wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich, Alter? Ohne Spaß. Alter, ohne Mist. Wo bist du? No matter what. May I have your attention, please? Super Agent Gussi, ja? Mit Ritter Axel. Wieder am Start. Es wird... Eingesammelt. Bewusstlust. Auf dem Klo. Alter, hast du... einen Arschofen oder was? Alter, hast du einen Arschofen oder was? Zu viele. Zu nice die Frisuren, Alter. Zu nice. Blitz... Blitzking. Blitzking setzt nun den Bindschnitt. Jawohl. Cedric B und Luca unterwegs. Alter, Cedric B. Was los, Digga? Wir müssen doch mal was starten. Und wir sind bei MC gelandet. Zu nice, Digga. Zu nice. Alter, drei Minuten. Just zu now lação. Vielen Dank.